Musik Ah, Hallöchen Das da ist Minecrafter. Minecrafter hat uns gerade eben Rechte gegeben. So, guck mal so. So, genau. Und, äh, ja. Minecrafter hat uns das Recht gegeben. Hallo, Minecrafter. Uh, flup. Aufnahme läuft. Wo sind Eier? Minecrafter hat uns gerade den Game-Mode gegeben. Ähm, oder Gottenmode, wie auch immer das hier genannt wird. Und wir haben jetzt Ähm, wir haben jetzt, ähm Hey, YouTube Die Aufgabe auf diesem Grundstück hier Never, ich liebe dich. Menzel Menzel Altes Haus Hey, never, never Du sie komm, lol Menzel Gibt es kein End mehr. So, wir haben jetzt die Aufgabe Hier eine Map zu basteln. Ja, wir machen jetzt, äh, der Server hat ja ein paar Änderungen durchlitten. Mehr oder weniger gewollt, oder nicht? Und da habe ich mich bereit Ergeleitet im Netzplay einfach mal ein paar Maps zu gestalten und so. Äh, so gut wie ich es halt hinkriege. Moin, ihr YouTube-Videoklotzer. Und, ja, ich bin überfordert. Ich weiß, was tut da? Bin ja das auch nicht da. Okay, wir wollten, ich habe überlegt, ob ich mir eine Paintball-Map bauen. Wir überlegen, ob wir eine Paintball-Map bauen. Ähm, Ich beginne mal Sachte Sagen wir mal, wir machen jetzt hier einfach mal Ah, okay, gut. Ja, ja, sieht gut aus. So, machen wir hier noch zwei. Hier noch zwei. 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 Drei. Wie geht es eigentlich runter? Tiefer als gesagt, okay. Ähm, ich nehme noch kurz Gras mit dazu. Okay, das sieht schon mal Mega beschissen aus. Gut. Dann wollen wir mal Vielleicht machen wir es so. 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 Sechs. Dann müssen wir hier zwei hin. Sechs. Drei. Zwei. Eins, eins, eins. Zwei. Ähm. Ähm. Was? Nee. Ich mag alle. Ich baue nur. Es ist natürlich die Frage, was ich mir so überlege. Was macht man während so eines Let's Plays? Während so eines Bau-Event-Let's Plays? Ja, sagen sie alle. Man merkt, ich bin Profi, oder? Sieht man. Sieht man mir einfach an. Okay. Wir machen jetzt so. Das wird eine katastrophale... Also, das wird ewig dauern, bis ich die Map fertig habe. Vor allem, wenn ich sie mit dem Display aufnehme. Obwohl ich jetzt wahrscheinlich noch privat, wenn ich Zeit habe, machen. Wenn ich Zeit habe, ist das eine gute Idee. So. Das sieht doch schon mal ganz okay aus. Tja. Alter. Ähm. Bin dann mal überlegen, wie ich das jetzt gestalte. Ich nehme mal schwarze Wolle. Und weiße Wolle. Und dann würde theoretisch gesehen, also die Mauer wäre ja dann hier. Das wäre ja hier die Mauer dann, dieses Ding. Okay. Wenn wir dann hier... Ich versuche irgendwie so ein paar Muster reinzukriegen oder so vielleicht. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das mache. Okay. Hatte ich hier, hier. Dann hier, hier. Hier, hier. Hier. Passt das? Das passt. Genau. Und dann kann man noch hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Diese Stille schon wieder. Ich, ich merke keine Stille, wenn ich aufnehme. Nein, da ist keine Stille. Da ist durchweg sinnloses Gelaber. Okay. Und jetzt... Weiß dazwischen. So ein bisschen... Ich weiß halt noch überhaupt gar keine, keine Idee, was für eine... Oh, doch. Ich weiß eine Idee. Wir könnten ja, weil ich gerade dieses Weiß und Schwarz so sehe, wir könnten ja ein riesiges Schachbrett draus machen, wenn man es genau nimmt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich die Figur noch hinkriege. Aber die Idee an sich ist nicht schlecht, wenn man ein riesiges Schachbrett aus der App basteln... Und das könnten so Fraktionszeichen sein. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Pfeil. So kommt es authentischer irgendwie sogar. Ja. Dann nehmen wir uns mal... Quarzstufen. Und ballen die da hier vor. So... So... Super. Jetzt müsste ich das nur irgendwie kopieren können. Äh... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreize... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins... 4 5 6 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ich weiß halt auch nicht so ganz leistung anmachen ist halt doof leistung ich würde gerne leistung anmachen problem an der sache ist wenn ich leistung anmache das wird nicht funktionieren wo ich probiere ich schalte ich schalte mal live stream nebenbei an damit wir über themen quatschen können das war nicht geplant moment 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 kommt dann einfach online und schreib mich an okay wenn der da kommt dann auch das ist sehr geil original minecraft musik streaming starten aktualisieren okay das ist ein bisschen sehr geil dass ich im let's play live stream einrichten das ist ich bin natürlich sehr geil dass ich im let's play jetzt hier live stream einrichten das ist super sieht man aber wie professionell okay clash of clans ich will das da komplettes fenster okay also bald sieht man es okay super der stream wird nicht perfekt sein geht er ums bequatschen von themen während des streams okay pikachu und der musik lösen okay so ganz kurz schauen jetzt hier machen drüben die haben so ein pfeil dann würde ich versuchen hier vielleicht so eine art armbrust einzurichten ist das so ja so als gegen ding halt so dann müsste man hier vielleicht so genau und hier wäre dann da drei reihen so